war aber war kommen zu einer neufelge von let's getren wir machen jetzt heute wirklich mal die quest die wir uns jetzt in folge ausgesucht haben wir haben uns ja jetzt hier nur ausgestattet leer gestattet je nachdem man es sagen will ja bedeutet dass es zeitgelegen die runde tot im fluss ist ja wie beim drachen waren wir hier jetzt ich glaube nicht irgendwie kommen wir dieser weg sehr aber wir wissen ja gehen abseits der wege ist nicht schlecht es fehlt eigentlich auch ja irgendwie sind immer wieder eingedrückt das ist halt auch so wow aber ich weiß es auch gefährlich das ist halt auch sehr gefährlich das ist halt auch sehr gefährlich Ey Das wurde daneben geschlagen Aber jetzt nicht Und tot Na das war's wohl Was sind hier Eine Leiche Messer Bogen Überzeugung Mal mit den Birsch Kann ich auch mal ausbeuten Ja Geil Das war doch effektiv Und sinnvoll Und ertragsfreund Ich hoffe dass es Der richtige Weg ist Immer wieder mal Andere Alternative Wege Mit alternativen Fakten Ähm Einfach mal Sachen zu finden Vielleicht Da muss ja auch immer Ein bisschen aufmerksam sein Dabei Hier sowas zum Beispiel Mit so einer Truhe Das waren Inventiveik nur 21 Aber Hey Das war eigentlich auch nicht so schwer zu finden Aber Ich glaube der Regen hat aufgehört Ja der Regen hat aufgehört Die Leisten Ist immer noch im Keller Ja der Regen hat aufgehört Ja Ja Meine ich doch wohl Greif mich Ratten an. Das hackt wohl. Was ist hier? Ein Eisenerz. Natürlich. Nimm. Hallo? Ah, hallo. So, gut. Da ist der hier ein Häusler. Und hier sehe ich das in Asis. Es sah irgendwie aus wie eine Spinne. Hunde! Niemals. Tja. Das hattest du wohl davon. Boah. Irgendwie... Es ist erst Februar, ne? Anfang Februar. Aber die Mücken sind schon wieder so aggressiv hier. Na, ich bin auch jemand, der ist so attracted to Bücken. Das ist echt, echt schlimm bei mir. Das ist wirklich hart. Und das ist echt wirklich keine objektive Einbildung. Das ist halt wirklich... Es ist halt so. Und das ist ein geiles Haus. Da würde ich selbst auch gerne wohnen. Da sehe ich den schönen Wald. Und da war gerade das Geräusch aus. Die Sims. Oh! Nein. Nein, 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 nein. Wie heißen die denn nochmal? Wald elementar reichen die hier. Okay. Ja, geil. Das ist natürlich super. Äh. Boah. Nee. Alter, ich finde, das ist echt schrecklich hier. Nochmal das Ganze versuchen. Hallo. So. Ja, wir sterben. Das weiß ich. So. Tarpurzel. Okay. Jetzt wüsste ich gerne. Na. Die Bienen fangen ist natürlich nicht so leicht. Und Kinder macht das nicht im wirklichen Leben. Das ist nicht gut. Ich wüsste halt gerne, ob die mich angreifen können. Das ist ein schreckliches Geräusch. Sind sie jetzt bitte alle über tot? Da. Bzw. sie sind nicht tot gefangen. Das ist wohl ein Imker, der hier wohnt. Interessant. 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 Was macht er denn? Den breitsamer Blütenhonig? Ich denke schon. Ah. Sag mal. Was ist das denn mal? Ja, genau. Verschwinde doch einfach manchmal dieses Objekt. Aha, da sehe ich dich doch auch. Da unten. Du wirst nicht entkommen können. Da sehe ich dich doch. Ein Wein. Ein Honigwein. Also ein Mead. Das ist schrecklich. Ich glaube, die letzte kann ich nicht fangen. Was ist denn das? Reicht jetzt, ne? Die verlassene Imkerei. Alter, was ist das? Ähm. Ähm. Alter, ist das der Lord? Alter, was zur Hölle? Was ist das denn? Und wieso hat der... Also... Hä? Können ihr nicht normale Leute irgendwie die Häuser bewohnen? Das Geräusch habt ihr auch gehört, oder? Das dürfte auch jetzt klappen. Ja, ich weiß auch, wie nicht Dietrich geht. Das ist sogar dasselbe Interface. Nur, dass wir deutlich weniger Dietrich als im Wichtigsten Skarum haben. Mhm. Das geht nach oben. Eisenachs des Arkadzons. Baupläne. Verstärktes Schild. Ich heile mich mal ein bisschen mit einem Stück Fleisch. Aha. Ja, geil. Oh. Okay. Dass ich so, ähm, dadurch sterbe, hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Uiuiui. Okay. Das haben wir hier. Was ist in dem Sack? Oh, ein Käse-Stück. Ähm. Na, gucken. Braumpären? Pären. Die Landschaften Ende Reiz. Bücher kann ich angewendet immer nehmen, weil die sind anscheinend sehr viel wert hier. So wie es aussieht. Aber bitte, ist dieses Haus noch mehr? Ich glaube nämlich nicht. weiter genziert. Es kann doch nicht sein, dass sie schon wieder Bienen sind. SL. Ich mach dir hier gleich den breit sauerblüten Honig. Aber frisch. Kannst du ihn jetzt endlich rauchen. Kann doch nicht sein, dass sie ständig... Diese Tiere. Was bringen die hier überhaupt? Sind das Zuladen? Bienen, ja. Und können die nicht alle zu mir kommen, dass ich die nur mit EEE empfangen kann? Äh, 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 äh. Da. Kann echt nicht sein, oder? Ich will hier rumschwirren. Und du siehst die ja auch nie. Naja. Ich verlasse mal das Grundstück. Und die Folge. In der nächsten Folge wird es dann dem breit sauerblüten Honig geschenkt. Äh, bis dahin und tschüss. Peace. Tschüss.